Luft auflösen. Muss man gerade die Einstellungen ändern, nämlich, dass ich nicht automatisch in Dame umwandele. Das ist ganz wichtig jetzt. 3 plus 2 machen wir. Ja. Ist aber nicht so entspannt, ne? Ja, Leute, schreibt mir eine private Nachricht. Entweder bei Jessamy, bei Liches oder das am besten, ja. Warum hast du denn einfach mal die letzten vier Partien gewonnen? Was ist denn hier los? Keine Ahnung. Wahrscheinlich hat Nico gespielt. Kann ich dir anders nicht erklären. Ja, weil... Aha. Oh, danke, DN. So, du bist dran. Ah, ich bin dran, ja. Ach so, ach so, ach so. Interessant. Ja, wir haben immer so Streaks. Ich habe das gerade mal ein bisschen hier... Stimmt. Du führst sogar. Du führst sogar, du Schlingel. Ja gut, E4 ist klar, ne? So, jetzt kommt wahrscheinlich der Schwungvolle oder der simple Skandinavier. Ich schlag dich mit deinen eigenen Waffen, mein Freund. Ach komm, jetzt. Hör mir auf, du. Jetzt hör mir auf. Thema, dein Thema. Was ist denn jetzt los? Hast du jetzt den Kurs von Felix angeschaut, oder wie? Ne, deinen. Ach, meinen hast du ja... Ja, gut. Also, Tom, die 1 nochmal für den Quatsch. Das ist doch hier Standard. Das ist doch hier Nepo Carlsen. Nepo Carlsen. Kann ich den Bauern jetzt nicht schlagen, oder was? Ja, wäre schon gut, wenn du ihn schlagen könntest, ne? Ah, Junge, Junge. Ich kann hier nach der Bibliothek. Ja, wenn du mich mit meinen eigenen Waffen schlagen möchtest, dann musst du beide Waffen auch kennen, ne? Das ist immer das Problem. Ja, ich mach mal B4. Wie schlecht kann das schon sein? Ja, wie viel kann man machen, ne? Was mach ich jetzt, Feines? Mann, kannst du mir deinen Kurs vielleicht freischalten? Alles klar. Was hast du denn gegen Turm G1 selber? E5 ist viel sicherer. Also, dass du Neidorf spielst. Ich hab Felix gesagt, mach genau immer das Gegenteil von Niklas, damit wir uns da nicht in die Quere kommen. Wir spielen immer E6. Okay, okay, alles klar. Was macht man denn jetzt hier? Oh, danke, Pascal, danke. Ich mach mal so und da mit zwei. Turm G1 schaut echt schlimm aus, wenn man Niklas weiß, was er tut. Weiß Niklas, was er tut? Wir werden es herausfinden. Ah, ich verstehe, was du jetzt willst, glaube ich. Ja, ich weiß es selber nicht. Ja, du willst so F3, F4-Geschichten machen, ne? Ja, ich glaube, das ist so der Standard. Habe ich das verpackt, oder was? Nee, das ist alles noch Lagarde gegen... Lagarde gegen... Lagarde gegen... Doch, Lagarde. Also irgendwie so. Und da, die Sieg ist. Lagarde. Warum kann ich nicht Läufer-Ich hier machen? Ja, das dachte ich wäre normal. Ja, kommt noch. Kommt noch, ja. Alles zu seiner Zeit. Er hat doch einen Bauern, ja. Was soll der Stress? Du hast überhaupt keinen Stress, ja. Stimmt. Easy. Das ist quasi französisch, strukturgleich, wenn ich E6 gespielt habe. Nur besser. Nur besser. Du kannst nicht mehr kurz rohieren. Lang rohieren weiß ich auch nicht mit so einem Bauern auch auf hier. Ich werde gleich matt gesetzt, das ist mir schon bewusst, aber... Ja. Bis dahin. Gut. Was soll man machen, ne? Da machst du auf nichts. Da steckst du oft auch einfach nicht drin. Hm. Ja, das ist dieses moderne Computerschach, ne? Ich weiß noch gar nicht, was meiner Stellung nicht stimmt, aber Niklas wird es gleich zeigen. Na ja, ich glaube, ich habe es jetzt irgendwie ein bisschen nicht optimal gespielt, habe ich das Gefühl. Imaid aufs Kreuz. Irgendwie ist das doch gar nicht so... Siehst du? Gar nicht so überzeugend hier. Meinst du, das geht einfach so, eiskalt? Warum nicht? Ja, ich dachte, ich schlag mal A4 so mitgelegen. Ja gut, gönn dir. Sei mein Gast. Seit drei Minuten keine Werbung mehr, nur noch im Chat. Ja, du wirst schon überrascht, ne? Also eine knappe Stunde ist noch, sag ich mal so. Ja, ich... Meine Ahnung jetzt inzwischen. Ja, das war... Du machst den ruhigen Max, ne? Ja. Warum? Was mache ich denn jetzt hier? Das ist echt komisch mit dem Score. Ich hätte niemals gedacht, dass... Ich glaube, du hast echt gegen Niko gespielt. Ne, wir haben dann noch ein paar Bullet-Partien gespielt, nachdem wir das Match durch hatten. Und ich glaube, da hast du mich dann rasiert. Da gab es eine Rasur. Klingt nicht nach mir, aber... Okay. Okay. Ja, ich glaube, den G-Fund würde ich nicht schlagen, oder? Was mit Schach? Ja, das stimmt. Dann nehme ich ihn. Dann nimmt er ihn, ne? Äh, ja. Wenn du denkst jetzt echt über Tomb-D2 nach... Ich meine, jetzt kann ich auch aufgeben, von daher... Äh... Ähm... Der Kiefer ist auch ganz ungläubig, dass ich mal mehr Zeit auf dem Ohr habe. Das stimmt. Ah, der war eins zu weit. Na gut. Oh. Kannst du mir ihn zurückgeben? Ja. Aber du bist eigentlich egal. Ne, wie zurück. Äh... Ja, danke. Mach nochmal B3, ja. Ähm... Der ist natürlich, äh... Der ist... Der ist... Der stellt sich jetzt mal... Der ist natürlich strenger. Der ist, äh... Der ist, äh... Der ist, äh... Ja. Es gibt nach wie vor gewisse Probleme in meiner Stellung, die sich jetzt nicht so einfach, äh... In Luft auflösen. Oh, ich muss mal gerade die Einstellung ändern, nämlich, dass ich, äh, nicht automatisch in Dame umwandele. Das ist ganz wichtig jetzt. Jetzt C1 Springer. Äh, wo geht das denn hier? Äh, du könntest das ja auch wieder ausschalten. Spielverhalten. Was? Da mal. Immer. Ja, okay. Ne, warte. Nicht immer. Was machst du denn? Bei Vorauszug. Ja, so viel Zeit muss sein. Okay. So, was ist jetzt hier los? Äh... Ja, ganz wichtig. Ganz wichtig. Ja, das ist... Ich will als C1 Springer haben. Falls. Das ist, ja. Das ist, äh... Ganz wichtiger Punkt. So, kann ich noch ein bisschen fummeln, oder? Gleich hat es sich ausgefummelt, ne? Ja, ja. Es hat sich gleich ausgefummelt. Ah, ich sehe das schon kommen. Ich werde schon irgendwas machen. Steuerung gedrückt halten. Ne, aha. Läuft auf 6. Ich dachte alt gedrückt halten. Ja, eins von beiden. Bin ich schon matt? Äh... Ne. Leider nicht. Dieser Bau auf C2 ist... Ist doch relativ stark. Ja. Du hast jetzt bestimmt so... Wieder so hinterhältige Tricks. Ich habe immer nichts theoretisch. Theoretisch. Hinterhältige nix. Lass ich mal rechnen. Ja, du musst nochmal hier ordentlich Zeit reinstecken. Das ist nämlich... Alles andere als klar. So, wer Springer geht jetzt nicht? Zu Dame nie. So. Neuladen. Okay. Muss man doch nochmal sicher gehen. Das ist jetzt tatsächlich hübsch, muss man sagen. Das ist tatsächlich hübsch. Äh... Ja, ich glaube... Ich glaube, damit sollten wir diese Party wenden. Mit diesem schönen Zug. So, komm, jetzt spielst du Französisch gegen mich. Oh, ne. Wir können auch eine andere... Als würdest du E4 spielen. Ja, ja, ja. Ähm... Na denn. Na denn. Schlagen wir dich nochmal mit deinen eigenen Mitteln. Grandelio Style. Grandelio Style. Okay. Nilsi. Attacke, Kollege. Ja. Das ist schön und gut. Das schmacht die Schmacht. Aber beeindruckt mich jetzt erst mal weniger. Ja, ja. Ich schmacht die Schmacht. Oh, das war schlecht, oder? Das war, glaube ich, nicht so gut. Ja, geht. Oh, Springer 2. 2 Springer, G5, Turm, G1 wollte ich gerade spielen. Oh mein, was mache ich denn da? Läufer D3 macht man, äh, ja. Statt? Glaube ich. Also. Statt G5. Also nicht mehr hier. Ja. Shit. Anil. Hm. Ich weiß es nicht. Gut. Das ist ein Bauer, ne? Können wir. Reicht mir das? Ja, ich glaube schon. Nehme ich erst mal. Was man hat? Das hat man meistens auch. Ja, das stimmt. Das hast du wieder schön gesagt. Hast du dir, äh, Nikos, begern einfach reingehüfen, wahrscheinlich bei der EM, ne? Ja. Ja. Äh, sowas. Statt es auch ein bisschen besser, glaube ich, wenn ich das richtig im Sinne habe. Bitte? Statt es besser? Ne, klar, ja. Direkt nach wenigen Zügen. Nice. Gut, da hat er auch, er hat auch Quatsch gemacht. Springer 2. 6-1-iger. Okay. So, er will mal einen Springer fangen. Was? Der Schlingel. Er will mal einen Springer fangen. Schlingelingeling, Schlingelingeling. Hier kommt er. In der letzten Partie haben wir beide einen hängenden Springer total übersehen. Ja, das überrascht ich mich nicht. das ist leider muss man sagen wenn wir wenig zeit haben dann passiert sowas durchaus häufiger das passiert im westen und wir sind noch mal die besten youtube entwickeln wir uns mal weiter versuchen wir mal den mehr bauen hier anständig zu verwalten jetzt willst du es aber wissen ich bleibe einfach cool wie eis das war sie gut zu groß habe ich mir eingeführt seitdem sehe ich überall nur angriffstellungen aufs kreuz ok ja ich habe natürlich was übersehen muss ich gestehen möchtest du mir verraten was den macht einfach eiskalt warum schlägst du nicht auf die fünf oder das ist noch besser keine ahnung den hier ich dachte du nimmst einfach nee aber das läuft war drei das hatte ich übersehen jetzt wo du es sagst ach so ja das war ja dann eher dumm von mir gut jetzt kann ich zumindest mal den könig ziehen machen wir das mal was sonst einziger zug ne ach so damals ihm droht er auch vielleicht wenn man sowas wie b6 den muss ich snacken den nimmt er ok meint ich habe kompensationen und so weiter die nächsten züge werden zeugen wahrscheinlich ich probiere es einfach mal komplett wild komplett verrückt probieren wir es mal was macht er da geht es nicht doch deswegen was mache ich jetzt gut ok sieht aber jetzt erstmal nicht so furchteinflößend aus wenn ich ehrlich bin nicht so ne also der eine E-Bauer wird jetzt wird es jetzt nicht reißen oder nein auf keinen Fall es sei denn der wird es reißen ok ich bin gespannt es ist schon wieder muy complicado die ganze Position ich dachte ich stehe jetzt einfach gut ähm ok boah ist der eiskalt der Typ ja gut ich habe ja auch ein anderes Tor wo ist das Problem das code sei es ja hat er schon recht leider habe ich hier nix b6 oder b6 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 auch noch da b3 überleg mal lieber ja da da b3 wollte ich erst machen b6 ach ach so den hast du da musst du ja nochmal nachsetzen b6 warum mache ich nicht springer c6 wäre so viel einfacher gewesen du hättest auch schlagen können weil c4 hängt gut jetzt können wir endlich ins Bett gehen ah kann ich ins Bett gehen sonst wäre es echt zu frustrierend gewesen jude 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 ok ich hoffe euch hat das Video gefallen wenn dem so ist lasst gerne einen Daumen hoch da abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke dann seid ihr hier immer up to date darüber hinaus wenn ihr mich gerne unterstützen möchtet schaut euch einmal die YouTube Mitgliedschaft an alle Infos alle Vorteile davon findet ihr wenn ihr auf den Button klickt bis zum nächsten Mal